Einem italienischen Arzt und Neurochirurgen ist ein medizinischer Durchbruch gelungen. Er konnte aufzeigen, dass Nerven, Wirbelsäule und Blutbahnen sich miteinander verbinden lassen und somit eine Kopftransplantation möglich ist. Die OP erfolgte an einer Leiche und dauerte nur 18 Stunden. Das ist nur die Hälfte der Zeit, die normalerweise für solche Versuche nötig war. Kopftransplantationen wurden bis dato nur an Tieren erfolgreich durchgeführt. Doch keines der Tiere überlebte länger als 20 Tage nach der OP. Trotzdem wolle man eine Kopfverpflanzung an einem lebenden Menschen versuchen. An Freiwilligen, die sich so einer Operation unterziehen würden, mangelt es offenbar nicht.